Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Folge von Kingdom Hearts 3. Im letzten Part sind wir in der allerletzten Welt quasi angekommen. Tja, und wir müssten, wie man schon sieht, Soros Einzelteile wieder zusammenfügen. Und dem herr machen wir das doch gleich mal. So, da haben wir auf jeden Fall sehr viel Platz. Viele Einzelteile. Naja, wir müssen noch sehr viele Scheiben was sammeln. So, da unten sind noch sehr viele. Ja, hier sind noch welche. Okay, 40 haben wir schon gesammelt. Fehlen ja nicht mal ganz zu viele. Und irgendwie sind die alle in neue Setschleife gefangen. Und manche sind im kompletten Stillstand. Ah, okay. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir hier runterfallen. Und ich möchte es nicht wirklich ausprobieren. So, hier sind noch ein paar. Ja, so wie hier. Auch noch ein paar sind. Da sind noch welche an der Wand. Und... Hm. Okay. So, drängen wir mal die Platze hier. Ähm... Okay. In die Richtung wollte ich es jetzt eigentlich nicht drehen. War hier unten nicht noch so ein Kern? Das sieht mir eher danach aus. In die Richtung wollte ich es nicht wirklich drehen. So, nur noch ein paar Teile. Ähm... So, gehen wir noch mal nach hier unten. Hier sind noch ein paar... Okay, okay, okay. Jetzt noch mal... Hier drehen. Nicht ganz so die richtige Richtung. So, nochmal drehen. Okay, okay, okay. Da vorne sind noch ziemlich viele Soros. Ja, stehenbleiben. Ähm... Okay... Ich glaube auch, dass es nicht so schlimm ist, wenn wir hier runterfallen. Ja, ich möchte es trotzdem lieber nicht ausprobieren. So, lachen wir schnell in mich rein. Und da haben wir... Alle... Okay. Und da kommen wir schon mal weiter. Und wir können sogar noch mehr sammeln. Obwohl ich glaube, das... Das zahlt sich fast nicht aus. Naja, gehen wir mal zurück. Ich sehe, dass du sie alle gefunden hast. Ja. Dann ist es nicht Zeit, dass du weg bist? Oh, danke. Was? Ich mache dir ein großes Verlust hier, du kennst. Nicht es. Hey, Chirthi, du bist immer wie du, richtig? Würde ich mich helfen, dich finden, deine Teile? Oh, ich arbeite nicht so. So, like, you're waiting for someone to rescue you? Hmm, sort of. Well, tell me who. I'll find him. Huh? Uh, no, 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 no. That's okay. He doesn't remember the past. Besides, I'm sure that he's much happier with his new friends. But I'll wait. He'll arrive here one day. Okay. I'll be back to visit you. What? You and me are friends now. Really? I've missed having friends. Well, see you around. And thanks. Huh? Um, could I get a hint how to save the others? Seriously? Seriously? Are you a Keyblade wielder or aren't you? Haven't you already learned how to restore someone's heart after it's been lost? Restore their hearts? Is that the same thing as the power of waking? I'm not sure, but give it a shot. No. This'll take all my heart. Okay. Look for the light in the darkness. May your heart be your guiding key. Saur, you don't believe that. I know you don't. Saur, you don't believe that. Saur! 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 So, brauchen wir mal ein paar Sacken auf. Sind wenigstens die Schlüsselschwerte mal ungefähr auf demselben Stand. So, sonst, hier können wir noch verbessern. Ja, hier können wir auch noch verbessern. Okay. Okay. So, dann rüsten wir uns mal ein bisschen um. So rum. Und... Dann bleiben wir mal beim Hilfs-Sheriff. So. Und dann suchen wir doch mal nach Riku. Oder bis gesagt, nach den anderen. So rum. Riku! 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 Okay, da wurde Rikos Pferd scheinbar gestohlen. Gar nicht cool. Da kommt der Herzlosen. Wir haben keine Zeit für euch. Wir müssen Rikos dann Herzholid zurückholen. So, wo ist der lang? Da oben ist er, ich sehe ihn. Jetzt ist er hier lang. Dann machen wir das Ganze mal so. So, komm schon. Ja, das hat ihm nicht so viel abgezogen wie erhofft. So, komm schon. Na, hör auf, dass du Klone von dir selbst projizierst. Ja, und gib uns das Herz zurück. Hey, warte! Oh! 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 Es gibt keine Worte, Sora. Er wird zurück in den Ort, in dem du bist, wie du gemacht hast. Wir müssen uns auf den anderen schützen. Okay. Das Schoundrel muss in einer dieser Pülle des Schadens, die unter uns sind. Wo gehen sie hin? Ich denke, sie sind Portale in anderen Worlds. Okay. Vielleicht ist das, wo wir die anderen finden. Wenn wir schnell... ...von den Herzlusten angegriffen worden. Na, scheinbar doch. So, komm schon. Ja, schickt auch noch Verbündete vor. So. Komm schon. Na. Na, den nächsten gerettet. So. Allerdings, bevor wir jetzt... ...weiter unsere Freunde retten, glaube ich werde ich den Part an dieser Stelle auch schon wieder beenden. Lasst wie immer eine Wertung da. Ich möchte eure Freunde zum Passwort, könnt ich euch gerne Amo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Kingdom Hearts 3 wieder. Ciao.